Es war natürlich positiv, also die Mannschaftsleistung betrachtet. Ich persönlich mit einem kleinen Highlight, also das erste Tor und die erste Vorlage auch mit Mithilfe, wahrscheinlich des Platzes, aber nehmen wir mit. Ich bin tatsächlich dort in der Nähe geboren, in Villajajosa, aber wie gesagt, ich bin ja komplett eingedeut, ich spreche auch leider kein Spanisch mehr, aber abgesehen davon, klar, vom Wetter her, ich glaube auch die Bedingungen, gerade platztechnisch, wären vielleicht noch mal ein Ticken besser dort gewesen, ärgerlich, was das angeht, aber an sich, ja, Situation ist, wie sie ist und müssen mit dem arbeiten, was da ist. Ja, also wir haben uns ja extra dann am Morgen quasi zum Testen hier zusammengefunden, hatten auch keinen Aufenthalt hier und wurden dann dementsprechend informiert. Klar, Überraschung war da, dass es jetzt doch ein Paar erwischt hat. Also ich denke, niemand kann sich irgendwie sicher fühlen. Man sieht, dass es ja doch etwas schneller als gefühlt geht, so diese Infektion. Aber klar, irgendwie, man tut sein Bestes, ja, man versucht sich zu isolieren. Also man macht was, was einem, wie gesagt, in seinem Möglichkeitsrahmen so ist, dass man, wie gesagt, seine Kontakte reduziert und auch guckt, dass man sich irgendwie schützt in geschlossenen Räumen, wenn es geht, halt mit Maske rumläuft. Aber ja, irgendwie dringt es dann doch immer mal wieder durch. Und so hat es uns jetzt halt mit den Fällen, die jetzt waren, auch erwischt. Klar, ich habe jetzt aktuell mit einem kleinen Sohn noch, auch und die Frau zu Hause, wahrscheinlich jetzt weniger Kontakt noch außerhalb. Klar, ich erledige so die Einkäufe eigentlich in der Regel und bin dann hier mit dem Weg zum Training eigentlich auch schon, sag ich mal, dann hat sich so der Tag für mich, es ist fast schon vorbei. Jetzt gerade in der Vorbereitungszeit oder in dieser Woche, in der wir jetzt mehr trainieren, ist eigentlich so der Gang morgens zum Stadion und dann danach wieder nach Hause. Also so das Einzige, was ich mache, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie mehr mache oder auch weniger mache. Es ist, denke ich, jetzt noch purer Zufall. Mit Marco und Milos fehlen jetzt zwei Innenverteidiger bei uns, müssen sehen, was sich jetzt für Möglichkeiten auftun für uns. Wir haben jetzt morgen das erste Testspiel und dann immer noch ein paar Tage Zeit, sag ich mal, bis es schon in die Vorbereitungswoche für Düsseldorf geht. Also ja, bleibt abzuwarten, was der Trainer für eine Idee hat. Ja, logische Folge bei einem ganzen Team wäre natürlich eine Spielabsage. Ich hoffe natürlich, dass wir davon verschont bleiben, so zwischengeschobene Spiele wäre jetzt suboptimal. War natürlich positiv, also die Mannschaftsleistung betrachtet. Ich persönlich mit einem kleinen Highlight, also das erste Tor und die erste Vorlage auch mit Mithilfe, wahrscheinlich des Platzes, aber nehmen wir mit. Und ja, wie gesagt, die letzten drei Spiele natürlich mit positivem Ausgang, alles noch entwicklungsfähig. Aber ich denke, einen Schritt in die richtige Richtung und wollen natürlich daran anknüpfen. Dass wir uns auf jeden Fall jetzt nicht darauf ausruhen, was wir so die letzten drei Spiele gemacht haben. Es gibt, glaube ich, immer Dinge zu verbessern. Jetzt explizit werden wir natürlich darauf noch eingehen, was genau zu tun ist. Aber ich denke, dass auch nicht alles perfekt lief. Wir haben auch Gegentore kassiert, zum Beispiel vielleicht im Defensiven auch oder auch im Offensiven, dass wir vielleicht noch mehr diesen Punch haben, noch mehr diese letzte Gefährlichkeit auf den Platz bringen, diese letzte Präzision auch, um dann noch mehr Tore zu machen und noch weniger zu kassieren. Also ich denke, dass wir uns aufgrund der letzten drei Spiele in eine gute Position gebracht haben. So ein bisschen in die Position des Jägers, würde ich mal sagen. Es war von Anfang an klar, dass wir als Verein Werder Bremen ambitioniert sein müssen. Also ich vertraue der Mannschaft zu 100 Prozent. Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir eine Riesenqualität haben. Es bleibt abzusehen, was wir natürlich am Wochenende auf den Platz bringen. Klar haben wir jetzt auch gesehen, dass wir in den letzten drei Spielen richtig gut sein können. Und dazu gehört natürlich, dass wir A, wenn es geht, den kompletten Kader beisammen haben, dass alle fit und gesund sind. Das wird aber nicht immer so sein, weil wie gesagt, das sind Dinge einfach um uns herum, die wir nicht beeinflussen können. Aber wir sind natürlich in einer guten Position und gucken nach oben, das ist ja ganz klar. Ein Aufstieg ist etwas, was man in seinem Leben nicht mehr vergessen wird. Und es ist einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl.